Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab, wird uns in der Lektion 83 gesagt. Ich habe keine andere Funktion außer der, die Gott mir gab. Diese Einsicht befreit mich von jedem Konflikt, weil sie bedeutet, dass ich keine miteinander in Konflikt stehenden Ziele haben kann. Mit einem einzigen Zweck bin ich mir ständig sicher, was ich zu tun, zu sagen und zu denken habe. Jeder Zweifel muss schwinden, wenn ich anerkenne, dass meine einzige Funktion die ist, die Gott mir gab. Ja, und wie viele Funktionen glauben wir zu haben? Wir glauben, den Körper gesund halten zu müssen. Wir glauben, eine gute Mutter oder ein guter Vater sein zu müssen. Jemand, der in seinem Job alles richtig macht und Karriere machen kann. Wir glauben, ein guter Mensch sein zu müssen, was selten gelingt. Wir glauben, viele Dinge, die sich alle um den Körper drehen. Und solange wir glauben, dass wir diese Funktion erfüllen müssen, diese Funktionen erfüllen müssen, sind wir ständig im Konflikt. Wir verfolgen diametral entgegengesetzte Ziele zu denen, die uns wirklich hilfreich sind. Uns wird gesagt, mit einem einzigen Zweck bin ich mir ständig sicher, was ich zu tun, zu sagen und zu denken habe. Und da können wir deutlich sehen, wie verrückt das Ego unterwegs ist, dass er uns ständig suggerieren möchte, dass wir diesen Zweck noch zu erfüllen haben, jenen Zweck noch zu erfüllen haben und so weiter. Kannst du das für dich erkennen? Ja, ich muss noch mehr Geld verdienen um. Ja, dann muss ich mehr Geld verdienen um und erfülle meinen Zwecken. Ich erfülle diese Funktion nicht. Und ich erfülle den Zweck nicht, warum ich hier bin. Und ich habe nichts mit der Aufgabe zu tun, die mich in Wirklichkeit glücklich macht. Wie wäre es, wenn du ein völlig neues Verständnis dafür bekommst, was du glaubst zu sein, beziehungsweise was du zu tun hast oder mit wem? Der Körper ist nicht deine Sache. Der Körper ist nicht, der geht dich in Wirklichkeit gar nichts an. Wenn du zum Arzt gehst, gehst du zum Arzt. Wenn du einkaufen gehst, gehst du einkaufen. Wenn du dies auf der Grundlage des Körpers machst, hast du deinen Zweck verfehlt. Der Körper ist nicht deine Sache. Dein Denken ist deine Sache. Den Körper kannst du getrost dem Heiligen Geist, deinem Hohen Selbst oder Jesus übergeben. Übernimm du meinen Körper. Und das Denken ist meine Sache. Und mit welchen Gedanken möchte ich durch die Welt laufen? Welche Zwecke möchte ich erfüllen? Welche Funktion soll mein Körper haben? Hör gut zu, schon die Idee, mein Körper. Das ist in etwa die Idee, mein Auto. Mein Haus. Meine Wohnung. Mein Fahrrad. Und meine Frau, mein Mann. Wenn du sagst, mein Auto. Bist du dann dein Auto? Oder gibt es da schon zwei? Das Auto und dich. Wenn du sagst, mein Essen, das ich zubereitet habe. Bist du dann das Essen? Oder gibt es dann schon zwei? Das Essen und dich. Genauso wie deine Kinder, dein Mann, deine Frau. Deine Welt. Es gibt immer zwei. Das ist einmal dein Auto und du. Aber wer ist denn dieses Du? Mein Körper. Und da muss es ja noch etwas anderes geben. Mein Körper und ich. Wer ist dieses Ich? Wer ist dieses Ich bin? Schon alleine in unserer Sprache bemerken wir, dass ich nicht dieser Körper sein kann. Ich als der Christus. Genauso wenig, wie ich das Auto bin. Ich kann im Traum ein Auto machen. Im Traum kann ich ein Auto manifestieren. Aber es ist immer noch mein Auto und ich. Mein Körper und ich. Bekomme ein Gefühl dafür. Was bedeutet es denn, mein Körper? Und ich. Wo ist dieses Ich bin? Und du findest es heraus, wenn du heute deine Funktion erfüllst, die Gott dir gab. Und nicht in der Identifikation des Körpers. Gib dein Hab und Gut, Jesus. Dazu gehört auch der Körper. Gib alles, Jesus. Mach du das. Gib dein Haus, Jesus. Gib deine Arbeit, deine Beziehungen. Gib alles, Jesus. Nimm du das. Nimm du das. Ich check's hier nicht. Ich komm hier nicht klar. Und dann werden alle deine Verlustängste verschwinden. Jegliche Angst wird verschwinden. Jegliche Sorgen um den Körper werden verschwinden. Um deinen Körper. Dein Ich bin wird sich um den Körper kümmern. Dein Ich bin wird sich um dein Hab und Gut kümmern. Du musst das nicht tun. Und wenn du zum Arzt gehst mit dem Körper, dann bist du aber nicht mehr der Körper. Sondern du gehst zum Arzt mit völlig neuen Gedanken. Denn nur deine Gedanken, das sind deine Angelegenheiten. Und wir kümmern uns hier nur um die Gedanken. Sind sie trennen? Halten sie mich in meiner einzigen Funktion? Vergebung? Oder sind sie weiterhin urteilend? Na ja, wenn sie urteilend sind, dann möchte ich das schnell verändern. Denn meine Wahrnehmung dieser Sache verändert meine Funktion nicht. Deine Funktion ist Vergebung. Du nimmst einen kranken Körper wahr. Meine Wahrnehmung dieser Sache, dieser Sache ändert meine Funktion nicht. Oder dies gibt mir keine andere Funktion als die, die Gott mir gab. Auch ein kranker Körper. Und auch ein gesunder. Du schaust auf deinen gesunden Körper und du wirst feststellen, auch dieser gesunde Körper ändert deine Funktion nicht, die dir von Gott gegeben wurde. Vergebung. Und Vergebung ist das Einzige, was dich glücklich macht. Und wer glücklich ist, kann nicht urteilen. Vergebung ist das Einzige, was dich an die Liebe erinnern lässt, in der Liebe sein lässt. Und wer liebt, kann nicht urteilen. Übrigens ist dieser Kurs im Wundern kein Kurs in Entsagung. Nein, wir wollen all die Dinge genießen, die wir tun. Und alle Schuld, die damit eventuell zusammenhängen könnte, die wollen wir nicht mehr beachten. Die Dinge, die wir tun, die wollen wir nun im Genuss tun. im Genuss. Denn dein Genießen macht dich glücklich. Und dein Entsagen, das haben schon viele Religionen versucht, mit bescheidenen Ergebnissen, die Entsagung führt dich nirgendwo hin. Wir entsagen in Gedanken, ja. In Gedanken der Schuld, der Angst, des Angriffs, des Urteils und so weiter. Und der Selbstverurteilung natürlich, weil wir gerade Dinge tun, die uns glücklich machen. Wer sich am Glück orientiert, der lässt automatisch das los, was ihm nicht gut tut. Und dann entsagt er ohne Mühe den Dingen, die ihn immer wieder selbst verletzen. Und deshalb wiederhole ich erneut, dieser Kurs ist kein Kurs in Entsagung. Das Einzige, was wir tun, ist, wir entsagen unseren destruktiven, urteilenden, verletzenden Angriffsgedanken. Und dann genießen wir unser Leben. Wir genießen dieses Dasein, das wir durch diesen Körper scheinbar erfahren. Und dann nehmen wir eine völlig neue Funktion ein. Wir schauen völlig anders in diese Welt und durch diesen anderen Blick erkennen wir uns selbst. Durch diese Selbsterkenntnis erfüllen wir unsere Funktion. Siehst du, und das Ego sagt uns, wir müssen dem entsagen, wir müssen diese moralischen zehn Gebote erfüllen, wir müssen dieses tun und jenes nicht tun. Nein. Der Körper ist nicht deine Sache. Dein Denken ist deine Sache. Und wenn deine Gedanken auf die eine Funktion ausgerichtet sind, dann bist du glücklich. Ich erinnere erneut, dann fällt all das ab, was dich selbst verletzt. Denn du wirst dich nur noch am Glück orientieren. Wie oft wird in diesem Kurs von Glück gesprochen? Und wie oft verneinen wir das Glück? weil wir glauben, wir hätten wieder eine andere Funktion. Aber ich muss erst meine Finanzen in Ordnung bringen. Meine Firma geht gerade Konkurs, ich muss erst all das regeln. Vergebung. Meine Firma geht gerade den Bach runter, Vergebung ist meine Funktion. Ich möchte diese Bilder nicht mehr wahrmachen. Ich stehe gerade vor dem Konkurs, vor einer Privatinsolvenz, Vergebung ist meine Funktion. Meine Beziehung scheint gerade völlig den Bach runter zu rennen. Oder ich bin ständig im Konflikt. Was ist meine Funktion? Und dann werden wir herausgeführt. Und wenn du mir schon eine Zeit lang zuhörst, weißt du, dass ich es lange auf eine andere Art und Weise, auf die Ego-Art und Denkweise probiert habe, ja, ich muss erst all das regeln, bevor dieser Kurs bei mir Wirkung bringen kann. Ich muss erst mein finanzielles Beziehungschaos, mein Beziehungschaos, meine Wohnungschaos und so weiter. Und dann nein. Ich kann dir heute mit Bestimmtheit sagen, dort wo du bist, und das habe ich gestern schon erwähnt, dort bist du genau richtig, egal in welcher Situation du bist, die Anwendung der Lektion führt dich hinaus. Und deshalb wurden dir diese Lektionen jetzt gereicht. Und du hörst diese Worte genau aus diesem Grunde. Um dich zu erinnern, halt, stopp! Das ist die Angelegenheit, die ganzen Dinge, die ich scheinbar hier erfahre, das ist nicht meine Angelegenheit. Ich übergebe sie, gut verpackt, dem Heiligen Geist, als Geschenk. Er soll es nehmen. Meine Gedanken sind meine Angelegenheit. das ist alles. Und dann schaust du völlig anders auf die Dinge und erstaunliche und dann werden Wunder geschehen. Erstaunliche Dinge können sich zeigen. Und jetzt frag mich bitte nicht, was sich dann alles zeigt. Du wirst auf jeden Fall in Frieden kommen. Und in einer friedlichen Gesinnung wirst du wird all das, was du erfährst, in einer gewissen Instanz erfahren. Du erlebst zwar, dass es in deinem Traumgeist stattfindet, aber du bist nicht mehr involviert, weil du die Dinge deiner höheren Liebesintelligenz überreicht hast und du erfährst dadurch, dass du nicht der Körper bist und nicht die Dinge bist, die da scheinbar geschehen. Du bist nicht der Körper und die Dinge, die da scheinbar geschehen. Mein Körper, mein Haus, meine Insolvenz, mein Beziehungsstress. Du bist all das nicht. Fühle diesmal jetzt sehr deutlich. Hmm. Es wird doch Zeit zu lächeln, stimmt's? Und vielleicht wird dieses Lächeln irgendwann in einem großen Lachen münden, wie konnte ich mich nur so täuschen? Wie konnte ich mich nur so täuschen? und dann wirst du zum Beobachter dessen und du bist nicht mehr der Held des Traumes, sondern der Beobachter und der Beobachter ist nicht mehr involviert. Die Dinge geschehen wie auf einer Kinoleinwand und es passiert nichts. Die Dinge kommen und gehen, so wie der Körper kommt und geht. Und so wie jeder Körper kommt und geht. Jeder in einem Traum kommt und geht alles. Und du bist nicht mehr involviert. Und dann wirst du feststellen, mein Glück und meine Funktion sind eins. Dein Glück und deine Funktion sind eins und nicht die Erfüllung deiner Träume. Nicht die Erfüllung von einer Orange zu träumen, wenn du eine Zitrone hast. Das bringt dir kein Glück, dann hast du halt eine Orange. die kommt und geht. So wie der Körper, wie dein Körper kommt und geht. Aber du bist nicht der Körper. Genauso wenig wie die Orange und genauso wenig wie die Insolvenz und genauso wenig wie der Beziehungsstress. Es ist alles nur ein Fremdglaube, den wir angenommen haben. und wir wollen diesen Glauben an diese Dinge beenden, weil dieser Glaube, ich bin dieser Körper oder dieser dieses Ding mich nicht glücklich macht, sondern ich möchte mich nur an meine einzige Funktion erinnern, Vergebung, die mich glücklich macht. Nichts anderes soll mehr meine Gedanken, ich möchte keine anderen Gedanken mehr beherbergen. Du bist der Herbergsvater deiner Gedanken. Du bist verantwortlich, welche Gedanken du einlässt und welche Gedanken nicht. Und wenn du nur glückliche Gedanken einlässt, dann wirst du nur Glück erfahren. Und wenn du trennende Gedanken beherbergst, sie immer wieder pflegst, immer wieder herumwälzt, immer wieder davon erzählst, ja, dann übernimmst du, dann willst du nicht glücklich sein. Dann glaubst du, dein gewohnheitsmäßiges Denken über die Welt und die Dinge, die da kommen und gehen, die machen dich glücklich. Die Welt kann dich nicht glücklich machen und solange du noch etwas von der Welt brauchst. Bist du einsam? Bist du alleine? Bist du getrennt? Dieser Kurs in Wundern macht dich nicht einsam, dein Denken ist es, das dich einsam macht. Dieser Kurs in Wundern macht dich nicht traurig, dein Denken über die Welt macht dich traurig. Dieser Kurs in Wundern holt dich heraus aus deiner Depression der Trennung. Alles, was von Gott kommt, ist eins. Es kommt aus dem Eins sein und muss als eins empfangen werden. Meine Funktion zu erfüllen ist mein Glück, weil beides aus der gleichen Quelle stammt. Und ich muss begreifen lernen, was mich glücklich macht, wenn ich Glück finden will. Wir müssen wirklich lernen, was uns glücklich macht, wenn wir Glück finden wollen. Glück will erlernt werden. Ist das nicht interessant? Wir wollen lernen, was uns glücklich macht. Dazu müssen wir verstehen, was uns bisher unglücklich gemacht hat. Und jeder, der heute aufmerksam zugehört hat, sollte verstehen, na ja, er sollte sehr deutlich verstehen, was ihn unglücklich gemacht hat. Die Fixierung auf den Körper und all die Dinge, die er anscheinend besitzt. Er besitzt einen Körper, er besitzt ein Auto sowie ein Fahrrad. Und alles, was ich besitze, bin ich nicht. Mein Körper und ich, wo ist dieses Ich? Finde dieses Ich, finde dieses Ich bin. Und die lässt die Körper Identifikation los. Und wie wir vorher gesagt haben, mein Glück und meine Funktion sind eins. Und wer glücklich ist, wer wirklich glücklich ist, der vergisst seinen Körper, der vergisst sein Auto, sein Körper, sein Auto, sein Fahrrad. Ist das nicht lustig? Sein Körper, sein Auto, seine Insolvenz, seine Gesundheit, seine Krankheit. Was hat das mit dir zu tun? Gar nichts. Es ist ein Traum. Und wir wollen uns nicht mehr ablenken lassen vom Traum, von der Idee, da gibt es etwas Zweites. Das Zweite ist die Trennung. Trennung. Mein Körper, mein Auto, das ist die Trennung. Du bist das nicht und das wurde jetzt deutlich dargestellt. Geh nochmal in dieses Gefühl hinein. Höre dir diese Session noch einmal an. Spüre deutlich, wovon hier gesprochen wird. Und du wirst bemerken, ich habe mich nur getäuscht. Ich wollte Recht haben mit meinem Unglücklich sein. Ich wollte Recht haben mit meinem Leiden, mit meinem Schmerz und mit meinen Beziehungen. Und jetzt will ich nur noch glücklich sein. Ich will nur noch glücklich sein. Und lass dir nicht von den Unglücklichen einreden, dass dies nicht möglich ist. Sie wissen nicht, wovon sie sprechen. Wir sprechen hier von der Quelle des Glücks, die nie versiegt, im Geiste Gottes. Und wie du weißt, wird das Glück des Egos ständig versiegen. Es kommt und geht, wie der Körper, wie das Auto, wie das Fahrrad. Und immer wenn wir in Situationen sind, die uns durcheinander bringen, können wir die folgenden Anwendungsformen wirklich praktizieren. angenommen, du bekommst eine Botschaft, die dich zutiefst erschreckt, oder die dich, wo du denkst, das bringt mich völlig durcheinander, dies kann mein Glück von meiner Funktion nicht trennen. Wir bleiben weiterhin in der Funktion. Wir bleiben, das Glück und deine Funktion kann nicht getrennt werden. Denn deine Funktion ist glücklich sein durch Vergebung. Das Eins sein meines Glücks und meiner Funktion bleibt völlig unberührt von dieser Diagnose. Bleibt völlig unberührt von dieser Hiobs Botschaft bleibt völlig unberührt von diesem romantischen Sonnenuntergang oder Aufgang. Das Einsein meines Glücks und meiner Funktion bleibt völlig unberührt von dem Krieg, den ich erträume, der Energieknappheit, die ich erträume und den unfähigen Politikern, die ich erträume. Und nichts dies hier eingeschlossen kann die Illusion von Glück losgelöst von meiner Funktion rechtfertigen. Und so können wir für uns selbst Anwendungsformen finden. Du bist in diesem Kurs im Wundern eingeladen kreativ zu sein. Wenn dir manche Sätze zu kompliziert erscheinen, dann wirst du eingeladen eine Formulierung zu finden, die für dich leicht zu merken ist. Wenn du heute Morgen diese Lektionen durchgelesen hast, die in einem Kurs in Wundern erschienen sind, es ist ein Buch, dann wirst du eingeladen zu lauschen. still zu sein, nach innen zu hören und die Botschaft der Quelle des Glückes zu empfangen. Lausche nach innen, empfange die Botschaft des Friedens, lausche nach innen. Die Untertitelung des ZDF, 2020